105 Schüler verabschiedeten sich an diesem Donnerstag aus ihrer Schulzeit in der BBS Jefa. Zum Auftakt der Abschlussfeier in Huromasiel gab es Musik der Schulband Three Generations. Im Anschluss daran folgt eine Rede des Schulleiters Jan Zimmermann. Auch die Theatergruppe beschäftigte sich mit dem Thema Schule. Danach mussten die aufgeregten Abiturienten für die Zeugnisübergabe auf die Bühne. Nach der Ehrung der Notenbesten wurden die Zeugnisse verteilt. Der Abend klang schließlich mit einem Sektempfang aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017